Bisher haben wir uns wieder nur Lagemaße angeschaut. Den Mittelwert, der Median, der Modus, das waren die Maße der zentralen Tendenz. Wir hatten auch noch die Extrema, Minimum und Maximum. Das waren auch Lagemaße. Weil wir uns diese Maße etwas darüber mitteilen, wo ungefähr eine Verteilung liegt. Wenn das hier unsere gesamte x-Achse ist und wir wissen, der Modus ist hier, der Median ist hier und der Mittelwert ist hier, dann würden wir nicht unbedingt vermuten, dass die Häufigkeitsverteilung so aussieht. Sondern wir würden ganz im Gegenteil vermuten, dass die Häufigkeitsverteilung irgendwo hier um diese drei Werte ihren typischen Bereich hat und es relativ wenig Werte links oder rechts davon gibt. Neben der Lage einer Verteilung auf der x-Achse allerdings, gibt es ja noch eine weitere ganz wichtige Information über eine Verteilung. Nämlich, wie breit der Bereich typischer Messwerte ist, die wir bekommen haben. In diesem oberen Fall hier würden wir sagen, naja, typische Messwerte, die liegen so ungefähr in diesem Bereich. Hätten wir hingegen sowas hier beobachtet, dann wäre diese Verteilung nicht nur an einer anderen Stelle gewesen, sondern sie wäre auch viel breiter gewesen als die Verteilung hier oben. Und genau diese Breite einer Verteilung, dafür wollen wir Kennwerte haben, diese Kennwerte, die uns etwas über die Breite einer Häufigkeitsverteilung sagen, die nennen wir auch Streuungsmaße. Streuungsmaße deshalb, weil je breiter eine Verteilung ist, desto höher ist auch die Streuung unserer Daten. Kann man sich ganz einfach vorstellen. Wenn wir eine Datenreihe für eine Variable x haben, in der überall fast derselbe Wert drinstehe, also 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2 und so weiter, dann werden wir in unserem Histogramm später genau zwei verschiedene Säulen haben. Diese Verteilung ist relativ schmal. Wenn wir in einer anderen Variable y sehr viel stärker schwankende Werte haben, also 1, 100, 4, 1000, 5, 7, minus 13 und 300, dann werden wir ein sehr viel breiteres Histogramm haben, mit sehr viel mehr Säulen, die unter Umständen auch sehr viel weiter auseinander liegen. Die Breite sagt uns ja aber damit nichts anderes aus, als wie stark streuen denn tatsächlich unsere Messwerte? Wie unterschiedlich sind die einzelnen Merkmalsträger voneinander? Und das als Streuung zu bezeichnen, macht durchaus Sinn, nämlich einfach als Streuung unserer beobachteten Messwerte. Die Spannweite nun ist der einfachste aller überhaupt verfügbaren Streuungsmaßen und ist nichts anderes als die Differenz zwischen dem kleinsten und größten Messwert. Sie ist damit definiert als dn gleich xmax minus xmin. xmax und xmin, das sind unsere Extrema einer Datenreihe. Und wenn wir diese Extrema für eine Datenreihe ermittelt haben, dann können wir daraus unmittelbar die Spannweite dieser Datenreihe berechnen. Die Spannweite ist natürlich ausreißerempfindlich. Stellen wir uns vor, wir haben folgende Histogrammsituation. Hier unten unsere x-Achse. Dann gibt es einen einzigen Wert hier links und alle anderen Werte liegen hier. Dann wird dieser eine Wert hier die Spannweite massiv erhöhen und damit ein völlig verfälschtes Bild liefern über die tatsächliche Streuung unserer Messwerte. Aber nicht nur ist die Spannweite ausreißerempfindlich. Angenommen, wir haben eine Variable x und eine Variable y beobachtet. Und für die Variable x gibt es sehr viele Personen, die diesen x-Wert erzielen und kaum noch Personen mit x-Werten daneben. Für die Datenreihe y nun gibt es einige Personen mit diesem Messwert, aber es gibt auch eine ganze Menge Personen mit Messwerten links daneben und ebenso eine ganze Reihe von Personen mit Messwerten rechts daneben. In beiden Fällen ist die Spannweite identisch. Sie überstreicht hier diese sieben Kategorien und auch hier die sieben Kategorien. Aber trotzdem ist es doch wohl so, dass unsere Streuung der Datenwerte fundamental anders ist zwischen diesen beiden Beispielen. In diesem Fall hier liegen fast alle Personen beim selben Datenwert. Im Falle hier links, da verteilen sich die Personen relativ gut über verschiedene Datenwerte. Diese Situation kann die Spannweite nicht abbilden, denn sie berücksichtigt nur zwei von allen n-Messwerten. Das ist eine ziemlich ungünstige Eigenschaft, die wollen wir eigentlich nicht.